Hallöchen, Tachchen und Hallo! Wir sind Finn und Benni vom Kanal Beware Plays und das hier ist unser 100. Video und dazu unser Kanal-Trailer. Das folgende Video besteht aus einer kleinen Vorstellung, einem Best-of mit den lustigsten Stellen unserer bisherigen 99 Videos und ein paar Outtakes. Dann kommen wir doch direkt zur Vorstellung. In erster Linie ist dieser Kanal ein Hobby von uns beiden und jedem, der uns verfolgt, sollte klar sein, dass man bei uns keinen genauen Uploadplan oder professionell bearbeitete Let's Plays und Commentaries erwarten kann. Wir machen unsere Videos frei Schnauze und versuchen so vielleicht den ein oder anderen von euch da draußen zum Lachen oder mitfiebern zu bringen. Wir versuchen in unserem Kanal ein breites Spektrum an Projekten anzubieten. Dabei ist Finn für den Bereich Commentaries und ich für Let's Plays zuständig. Allerdings gibt es auch immer wieder Formate, die wir zusammengestalten. Unter anderem Podcasts, Let's Play Together oder kleine Spaßprojekte und Rubriken, die nicht zwingend mit dem Thema Gaming zu tun haben müssen. Dennoch werden Videospiele den größten Teil unseres Kanals beanspruchen, da diese eben schon seit Jahren unsere Leidenschaft sind. Sag mal, welcher Spack hat die eigentlich diesen schnulzigen Text geschrieben? Boah, ist ja unglaublich! Okay, wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal an das eine oder andere Video reinschauen. Der Kanal Beware Place steckt zwar noch in den Kinderschuhen und es sind auch viele weitere Projekte geplant, aber ihr könnt trotzdem Feedback da lassen und schreiben, was euch gefällt und was nicht. Falls euch unsere Videos und Projekte gefallen, könnt ihr natürlich auch ein Abo da lassen, denn so verpasst ihr keines unserer Videos. Das war gerade der Angriff des Stealth. Oh Gott, ich bin hier weg, ich bin eingekreist. Oh, verpasst euch, einen Moment mal. So, kurz, äh, das Mikro ausgemacht, damit ihr mich nicht, äh, aufstoßen hört, wie man das in feinen Kreisen sagt. Ey, ich hatte so oft in die Aufnahme gerülpst, es kommt. Wie viele Leute macht das Spiel so geil, wenn die Spawns scheiße sind. Schmerzpille wahrscheinlich, Franky. Was? Oh, wie geil. Kommandercieger geäußert hat. Kann man natürlich auch so verstehen nach dem Motto, das ist so, oh mein Gott, wie geil, Alter. Und ich probiere, dieses Spiel zu verstehen und er macht. Alter, du hast gerade alles kaputt gemacht. Graphic. Mir egal, was ich und die. Jawohl. Das ist doch unfair. Jawohl, Mann. Oh, es ist läuft. Was hast du, du hast irgendwas kaputt gemacht? Komm, ich hab dich, ich hab dich, das ist immer eine Sweethouse. Wuh, wuh, wuh. Wee, ich hab's gekriegt. So, ich geb dir jetzt mal ein Schwert. Gib's mir in den Arsch. Das findest du wieder lustig, ne? Tu's schnell, mit Gleitgehl. Warte. Alter. Könntest du mal bitte die Fresse halten? Ich kann mich nicht konzentrieren. Wird, du Pokémon. Haha. Verwirrt in der dickface Punch in your face. Oh, was? Ich bin der Beste. Ich bin der Arsch in diesem Fall. Hallo. Wo sind wir hier? Wow, das war's doch noch nicht. Das ist total gefährlich. Spring mal mit so einem Trampolin über der Mauer in so ein Becken, ne? Da kannst du ganz schön auf den Becken ranknallen. Ja, ja, dieses Spiel ist pädagogisch nicht so wertvoll. Dich, dich, dich. Bam, bam, bam. Dich, dich, dich. Bam, bam, bam. Super Kombo. Button Smashing. Ja, stimmt. Das ist ja reines Dreck. Nein, das ist gar nicht. Zurückgestellt die... Alter. Okay. Was war das? Oh mein Gott, spring nicht. Nein. Ah, ich kann nicht loslassen. Ah, ah. Oh, wenn die Lava neu rauskommt. Ah, verdammt, das wollte ich doch gar nicht. So. Oh, bei mir. Das hat die Räume mit. Banz, Alter. Boom, boom, boom. In die Nüsse rein. Oh, Uppercut. Nein. In die Nüsse rein. Nein. Oh, nein. H wired. Lied qualit夢ノ G約 und ist Gelände zu mit der Truhe. We haben es nichts tun. Achtung, dass bleibt. Nein, das wirklich니다 Brent. Weinstunterricht. Es gibt cues in Ottawa. Also das ist ein schwierig. Product W Indust English leve. Amn W.. old damit ist episodisch her Stunde geschlagen. Newell Enc update. ich bin dort auch tatsächlich weil er nicht kann ich kann mal ein hätte mich hätte ich kann es mir auch nicht hätten ob es da ist falsch und nachdem er noch durch kleine kackwurst aber gar nicht hätte mich ich kann auch kein halter entnehmen 20 Sekunden müssen noch verteidigen ich muss ja okay okay regeneriert ich schneller leben la 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 Bau dir mal hier frei. Geh weg, geh weg, geh weg! Du bist sehr entfernt. Nein! Du bist sehr entfernt. Wenn du penetriert, dann ist es Blutmon. Wir haben hier gemacht. Und wir haben hier... Oh Gott, ich raste aus! Weil, wenn jetzt ich schon immer mehr... Alter, was machen die mit meinem Haus? Weil meine Festplatte ist nämlich voll und ich möchte mein PC neu aufsetzen und da kann ich ja nicht... Alter, womit tausende Augen... Guck mal, das ist ein Soll-Lalala... Ich fühle mich ganz toll, ich rede gerade wie so ein... Okay, okay, ich bin ein Hochbegabter. Ich bin tot! Was? Richtig. Was? Oh, Bean. Hat das einer gesehen? Diese Fledermaus! Ich hab... Das ist die allergrößte Wallhack-Fledermaus der Welt! Richtig. Was? Oh, Bean. Hat das einer gesehen? Plötzlich... Flutscht die durch und killt mich One-Hit! Ich präsentiere Ihnen nun die Outtakes! Und los geht der Shit! So, jetzt rede mal! Alter, du hast die absolut hässlichste Frisur, die ich je gesehen habe! Nein, die ist cool, die kommt einem Japano gleich. Was? Hatte ich die nicht auch letztens? Ja, wir hatten die alle! Also, wir hatten die alle! Oh, ich bin ein Stechen! Oh, komm her! Ich hab gesagt, ich bin ein Stecher! Ich bin auch ein Stecher, ja? Komm her! Au, 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 au! Guck mal, das hat man zum Beispiel jetzt direkt in die Outtakes reinnehmen! Das könnte man machen! Ja, vielleicht machen wir auch eine eigene Folge... Äh, vielleicht mache ich das auch so irgendwann mal einfach so Outtakes... Ja, ich glaub, ich speichere das jetzt jetzt in Outtakes! Ha, da habt ihr's! Alles klar! Er ist los! Mh, hm, 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 Ja, nein. Wir machen das jetzt zwei Minuten lang. Das klingt so scheiße. Hallöchen. Tagchen. Deine Verbindung ist scheiße. Richtig scheiße, richtig. Hallöchen. Travorm. Hallöchen, Tagchen, Tollo liebe Leute. Auf Wunsch eines einzelnen Herren. Aber auch weil ich Bock drauf habe, gibt es jetzt mal wieder eine Folge Gamedev Tycoon und man sieht schon... Äh, abfuck. Ich liebe Weihnachten. 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 Es reicht. Es reicht. Es reicht. Äh, 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 äh. Oh Gott, ist das besonders. Es gibt Geschenke, die liegen unterm Baum. Dann gibt's Geschenke, die persönlich überreicht werden von meiner Schwester oder meinem Bruder oder so. Die krieg ich dann persönlich. Und die, äh, manche Geschenke von meiner Mutter, die werden, weil ich einen kleinen Neffen habe, kommt bei uns auch der Weihnachtsmann. Nachdem wir nicht bei diesem Krippenspiel waren, ähm, und die Tür geöffnet wurde, und wir uns alle hingesetzt haben auf das große, fette Sofa, wir 720 fetten Kinder... Das ist ein unheimlich großer Sofa. Kennt ihr das Kolosseum oder das Olympiastadion? Viermal so groß. Ja. Ja, ähm, genau. Und dann irgendwann pocht's extrem laut an der Tür und dann kommt unser Nachbar, verkleidet als Weihnachtsmann. Pst, nein, pst, ja, mein Name darf das nicht hören, der schläft unten. Ähm, genau, der kommt da rein mit seinem gigantischen Sack und verteilt erst mal Geschenke an uns alle und das ist nett. An die Ehenzucht, Kinder, ihr müsst es. Geschenke sind in der Familie was anderes. Ja, ein sehr großer Sack. Ja. Ähm, und dann muss man auch immer was tun. Ich spiele meistens Gitarre für meine Geschenke oder hab früher mal Gedichte aufgesagt. Ja, läuft bei uns. Wir pausieren diesen Podcast kurz. Nur Hanne, brenn den Christbohm an, dass der Bescherung losgehen kann. Ja, Kinder, maust du vor die Türe und haltet den Gussen alle Fähre, bis ich euch rufe. So, nur raus. Schnell, Olle, gib den Krempel raus. Der trude ihre Puppenstube, dem Max sein Auto mit der Hube, dem Hansel seinen Zauberkasten. Was sagst du da? Zertreten hast du? Naja, du alte Trampeldande, da latschst du rum wie Elefante. Ich kenn dir gleich in die Güschenklappen. Nun guck nur, wie die Lüchter droppen. Wo is'n der Gretel, ihre Puppe und Max sein Schiffel? Huppe, huppe! Latsch nicht so dämlich hier herum. Jetzt schmeiß noch n Christbohm um. Da greif doch zu, du dumme Trine. Na siehste, futsch ist die Gardine. Nun brenn den Strunzel wieder an, damit die Bescherung losgehen kann. Dort hast du noch n Licht vergessen. Wer hat denn schönes Konfekt gefressen? Die ganze Friede ist hinüber. Nu hol schon die... Na, ich kann das nicht. Ja, jetzt nur mal durch. Was jetzt war? Wande rüber. Stimmt, ein Zitter. Stimmt, deine Zitter. Was soll das denn sein? Na, deine Zitter. Bing! Stimmst du deine Zitter an? Stimmt deine Zitter an. Es ist soweit und Gnade bringt der Weihnachtszeit in die Kamera. Na dann, schöne Weihnachten in Hamburg. Dummisch! Sadam! Ich starte jetzt einfach mal das Video. Oh, ich hasse dich. Alter, krass. Jawoll. Es ist wirklich so abgekatert.